Für langfristige Erfolge in der Formel 1 ist es unerlässlich, immer auf dem neuesten Stand der Entwicklungen zu sein. Die Ressourcen sind aber begrenzt, also wähle sorgfältig aus, wie du sie einsetzen möchtest. Im Laufe deiner Karriere wirst du Ressourcenpunkte verdienen und es gibt vier Abteilungen der Autoentwicklung, in denen du sie einsetzen kannst. Antrieb, Chassis, Aerodynamik und Strapazierfähigkeit. Jede von ihnen kann jederzeit mit der Forschungsarbeit für neue Teile beauftragt werden. Höhere Upgrade-Levels kosten mehr und benötigen mehr Zeit. Die Leistungssteigerung fällt aber dafür auch beträchtlich höher aus. Du kannst auch deine F&E-Einrichtungen verbessern, um mehr Upgrades gleichzeitig entwickeln zu können, Entwicklungszeiten zu verkürzen und Fehlschläge zu reduzieren. Neben deinen eigenen wird es während der Saison auch Neuerungen von deinem Motorenhersteller geben. Die Moral deiner Abteilungen ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Pass also auf, was du zur Presse sagst. Du musst gut abwägen, damit du kriegst, was du brauchst, um die ganze Saison über optimale Leistungen zu garantieren. Auf einmal Versaly古 Louisemente in Samen Aus Haus Abs吋